144.000 Italiener Planet Out Die Zivilisation ist reich und schön, wenn auch ein wenig Glücksspiel. Auch hier gibt es viele Raritäten. Zum Beispiel sitzen jetzt im Besprechungsraum oder im Spielpavillon Geschäftsleute aus der Mittelschicht, die wissen, wer die Erdlinge sind. 2. Nicht einer Und sie sind genauso leicht unehrlich und unhöflich wie die meisten anderen. Bücher Es dreht sich alles um Bücher. Wenn sie nicht so viel lesen würden, würden sie sich auf gewöhnliche Unterhaltung beschränken. Essen Reisen Ein Leben voller Vergnügen Ein Dutzend liebevoller Diener und sie auf einem verlassenen kleinen Planeten, das sind die Ideale für Menschen wie sie. Moor, der dies sagte, zeichnete sich nicht durch Raffinesse aus. Es würde ihm nicht schaden, sich zumindest die Haare an seinem Hals zu kürzen. Natürlich waren sie gekämmt und mit goldenen Ringen mit Diamanten und Fibronium verziert. Aber das ist selbst für einen kleinen Spekulanten zu einfach. Sein Gesprächspartner Sist kam mit nur 30 Sicherheitsgeräten und 100 Piloten seines persönlichen Raumfahrtdienstes aus. Offensichtlich machte er sich arm, um die Wachsamkeit kleiner Händler zu beruhigen und die Preise zu senken. Jetzt nahm er die bescheidenste Pose eines Geschäftspartners ein und stand fest auf sich allein gestellt. Sie hatte mehr Hartnäckigkeit als Bescheidenheit. Aber jetzt machte er sich ein wenig Sorgen. Mehr entfernte sich erneut vom Hauptgesprächsthema. Also erinnerte Sist. 144.000 Italiener Ich höre Vom 10. bis zum 22. Wählen Sie Geld. Sie werden nichts falsch machen. Aber ich habe von dir gewonnen. Bezahle. Betrüge nicht. Wir haben sie gespielt und sonst nichts. Jetzt schulden Sie mir 144.000 Seelen von Italienern. Die vom 10. bis zum 22. Jahrhundert auf dem Planeten Erde lebten. Natürlich sind Jahrtausende vergangen. Aber auch mit dem Chronographen dieses Casinos können Sie kostenlos die Zeit Ihres Planeten berechnen. Was weißt du über sie? Während ihres Lebens spielten sie Karten. Sogar auf Menschen. Dort, wie auch in der zivilisierten Welt, entstand die uralte Tradition der Tilgung von Spielschulden, die bis heute überlebt hat. Der Planet ist gestorben. Zusammen mit all seinen Traditionen, Göttern, Gewohnheiten und Gesetzen. Niemand hat Angst vor seiner Wut. Niemand interessiert sich für Rätsel. Was waren diese toten Menschen, wie Gerdelinge? Für zivilisierte Bürger ist es gelegentlich ein Zahlungsmittel. Sie lebten in einer Welt, in der der Preis jeder Ressource so niedrig war, dass er von den Behörden nur reguliert wurde, damit etwas für sie beschafft werden konnte. Andernfalls käme die Wirtschaft zum Erlegen. Vor langer Zeit galten Geld, Münzen und Währungen als unmenschlich. Eine Million Jahre lang oder länger war jeder eifersüchtig auf denjenigen, der mehr Geld hatte. Und die Regierung von Oket, dem Dritten, zwang ihn, ohne Geld zu leben. Sie hatten Angst vor der Revolution oder wollten ihre Hände in die Staatskasse werfen und sich eine Gebühr für Reformen zahlen. Während alles andere der Reform verboten war. Zunächst wurden sie durch Energieeinheiten und Computer ersetzt, mit denen gemessen wurde. Aufgrund der Unruhen wurde dann das Reformverbot aufgehoben. Zu ihren Lebzeiten spielten sie sogar, um Menschen zu töten. Ha 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 ha. Allerdings konnte zu ihrer Zeit selbst ein Taxifahrer nach einem Unfall einen Fahrgast mit seinem Trinkgeld nicht wiederbeleben. Es ist beängstigend, sich diesen wilden Ort vorzustellen, an dem keiner der Toten legal verkauft wurde. Jetzt ist alles bequemer, ehrlicher. Die Besitzer wissen eindeutig, ob der Verstorbene ihnen mit oder ohne Erinnerung gehört. Niemand kann einen längst Verstorbenen ohne seine Zustimmung wieder zum Leben erwecken. Auch wenn dies nur ein paar Tage dauert und einen Penny kostet. Sonst wären sie nicht meins. Anführungszeichen. Sist drehte seinen Schwanz zur Tür. Was alle deutlich daran erinnerte, dass es unter zivilisierten Menschen Irritationen gibt. Er sagte kurz und scharf. Wir haben die Rechtmäßigkeit des Schadens bereits überprüft und es ist Zeit, zur Sache zu kommen. Es ist also unhöflich von dir, mich so lange warten zu lassen. In Erdenzeit sind seit der Zerstörung des blauen Planeten mehr als eine Million Jahre vergangen. Wenn die Menschen es nicht selbst zerstört hätten, hätten sie natürlich eine Chance gehabt, in die Zivilisation der Centauri-Galaxie einzutreten. Der ihnen nächst geregelten modernen Hauptstadt. Dies ist eine bescheidene kleine Herberge am Handel. Aber ihre Gemeinschaft hat einige Rechte und Freiheiten, sie sind keine Sklaven. Sist und mehr waren weit weg von ihnen. In einem Casino im Sternbild Titus die Spille. Als die Menschen dort lebten, war es von der Erde aus nicht sichtbar. Zu ihrer Zeit war nur ein Hauptraum bekannt. Wie jeder Schuljunge kannte Moor einiges über die Geschichte nach der Entdeckung des fünften Unteraums. Und etwa 120.000 Jahre später führten die Regierungschefs von Mekanit die Nutzung längst verstorbener Menschen aus anderen Zivilisationen für mehr als nur das Drucken ein. Vor Konsul Mekanit wurden Menschen wie diese Erdelinge in der ganzen Galaxie durch die Presse gekauft. Das heißt, um einen echten Deal zu genehmigen, musste man etwa fünf davon haben. Sie wurden wiederbelebt. In einen Scanner gesteckt. Gegen eine Platte gedrückt. Und mit einem solchen Satz ihres Biomaterials war es möglich, den Kauf eines Schiffes oder den Anspruch auf eine staatliche Rente zu bescheinigen. Schlacke im Papierkorb. Für die nächste rechtlich bedeutsame Aktion müssen sie immer noch die erste Kopie wiederbelegen. Eine gute Möglichkeit, eine moderne Identität zu bestätigen. Denn zu diesem Zeitpunkt konnte jeder Bürger sein Alter, sein Aussehen und seine Rasse in einem solchen Ausmaß ändern, dass jede andere Methode schlicht unmöglich war. Mekanit ersetzte solche Segel durch maschinelle, er war nicht faul, sich um die Wissenschaftler zu kümmern. Aber die Gewohnheiten alter und angesehener Bürger wurden menschlich berücksichtigt, so dass sie Seelen ansammeln durften. Was kann man ansammeln, wenn man etwas fast umsonst bekommt? Das ist richtig. Und die Planeten starben durch Müll und Gewohnheit, was lebende Bürger zu lebenden Bürgern machte. Damals erhielten sie die Gelegenheit, die alten Rassen wieder zu belegen. Keine Plastikmeere mehr zu Hause, alle jagen verschwundene Zivilisationen quer durch Raum und Zeit und werfen dort Müll weg. Fernab von bewohnten Orten. Siss dachte darüber nach, wie lange er sich schon mit der Geschichte dieser unbekannten Erdlinge beschäftigt hatte und krümmte seinen Schwanz so, dass es alles bedeuten konnte. Aber mehr achtete nicht darauf, nun war er damit beschäftigt, nach Wegen zu suchen, keinen Fehler zu machen. Irgendwo im Orbit jenseits der Heimatsonne des Planeten surrten hunderte seiner Denkmaschinen und versuchten, die optimale Lösung zu finden. Sie lagen nur deshalb so nahe, weil in diesem Outback nur sehr wenige Bürger leben. In einem mittelgroßen Ort hält jeder sein Auto viel weiter draußen, damit die tonnenschweren Servicefahrzeuge irgendwo reinpassen. Gibst du mir meinen Gewinn? Es scheint, als stünde Moor kurz vor einem vernichtenden Schlag Siss, der nicht zu den ganz ehrlichen Wiffels gehörte, war froh, ihm weh zu tun. Ja, Dinge, Autos, Asteroiden, Vakuumraum und unbewohnbare Planeten waren für die Bürger billig. Sie kauften trotzdem Planeten, weil es möglich war, im Orbit der Gashölle eine Kolonie zu gründen. Aber wer außer dem Besitzer wird dorthin gehen? Menschen wie Pail wurden auch nur aus Einkaufsdurst gekauft. Eine ganz andere Sache sind die Planeten, auf denen man leben könnte. Zumindest wenn man sie mit modernen Maschinen ausstattet. Gase, Gase, Pflanzen, Wohnen, Wohnen, Nahrung und Komfort. Auf Paila waren sie machtlos. Aber nur ein sehr guter Historiker wusste, dass die Bedingungen auf der Erde zur Zeit der Menschen einigermaßen ähnlich waren. Schwester breitete sechs kleine Flügel aus und sagte mit Pathos. Nun, jetzt bereue ich, dass sie nicht gelesen haben. Menschen, Menschen, dieselben 144.000 Italiener sind ein besonderes Produkt, das besser ist als unsere Autos. Es waren meine lieben Höhlenphilosophen, die Gott einst als denjenigen bezeichneten, der Stürme und Hurrikanen stoppte. Sie lernten von ihm, entwickelten ihre Talente und kontrollierten das Wetter. Sie lebten auf Vulkanen und hielten sie mit ihrem Biofeld zurück. Sie selbst natürlich. Stürme und Hurrikane können dort gestoppt werden. Wo unsere Maschinen machtlos sind. Wissen Sie? Deshalb werde ich sie nach Paila schicken und sie dort leben lassen. Damit sie für ein angenehmes Klima für mich sorgen. Und ich werde dafür sorgen, dass meine Assistenten am Leben gesund und glücklich sind. Wie in einem Paradies, das sie sich vorstellen können. Bitte abonnieren Sie den Kanal. Gib ihm ein Like. Schreiben Sie freundliche Worte. Helfen Sie dem Autor mit Spenden. Karten nur mal in den Informationen zum Kanal. Bitte schreiben Sie in die Kommentare, worüber Sie gerne eine neue Geschichte hören würden. Bis Luego, aufhören Sie jemanden. Ich bin sofort tr pasworthy und愿 ven. Firstly, ich bin sofort Neue Fert mal in Paul siempre. Ich bin sofort in der Hundreds해요. Bis zu treffen. Machen Sie es sich, was 我們 Taxisations可愛 мной wünschen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.